Wie nützt uns Bitcoin in einer chronischen Krise? Es ist ja so, dass wir in der EU leben und in der EU haben wir aktuell keine chronische Krise. Aber wenn wir in eine chronische Krise kommen sollten mit einer sehr hohen Inflation, dann können wir uns ja fragen, wie reagiert die Bevölkerung dann? Wie läuft der Umstieg technisch ab? Das heißt, wir haben ja jetzt einen Euro und in einer Krisenzeit würde sich vielleicht in der EU der Dollar breit machen oder vielleicht auch eine Kryptomährung. Und wir möchten sehen, wie das dann technisch und organisatorisch abläuft. Also was wir machen möchten, wir möchten eine realistische Prognose machen für die EU, für eine Krisenzeit, indem wir uns andere Länder ansehen, die jetzt schon in einer Krise sind und uns ansehen, wie reagiert hier die Bevölkerung. Was wir hier machen, wir haben ja gute Zeiten und in guten Zeiten sparen wir Zeitüberschüsse und Geldüberschüsse, damit wir auch in schwierigen Zeiten weiter essen und wohnen können. Und dafür müssen wir die Geldwelt mit zum Beispiel Bitcoin verknüpfen mit der Essen- und Wohnwelt, weil Essen und Wohnen ist das, was wir brauchen und Bitcoin haben wir eigentlich nur, damit wir später Essen und Wohnen auch immer noch haben, wenn die Zeiten auch schwieriger werden. Wie läuft deswegen die Verknüpfung zwischen der Geldwelt mit unseren Ersparnissen und der Essen-Wohnwelt, die wir brauchen, damit wir überleben, konkret ab? Im Euro kommen wir aus einer Zeit, wo wir ja eine relativ geringe Inflation haben und deswegen haben viele Menschen in Euro gespart und dann haben sie diese ersparten Euro benutzt, um dann mit Euro einkaufen zu gehen. Wenn es aber die Inflation höher ist, dann kommst du auf die Idee, ich spare vielleicht nicht in Euro, sondern ich spare in Bitcoin oder ich spare in Gold und damit bekommst du das Problem, wie tauche ich dann meine Ersparnisse, Gold oder Bitcoin, um in die Sachen, die ich brauche, zum Einkaufen, wie zum Beispiel jetzt Euro. Und hier in Deutschland ist es ja eine Randerscheinung, dass Leute in Bitcoin sparen oder mit Bitcoin einkaufen gehen, während die meisten Leute verwenden zum Sparen immer noch die gleiche Währung Euro wie zum Einkaufen. Aber im Land Argentinien, wo die Inflation viel höher ist als in Europa, da ist die Inflation bei 120% und du hast Kapitalverkehrskontrollen, sodass du im Ausland gar nichts einkaufen kannst mit deinem Peso, eigensichert der Peso nicht zum Sparen. Und deswegen nutzen die Menschen in Argentinien den Peso zwar zum Einkaufen, aber nicht zum Sparen. Zum Sparen nutzen die Argentinier zum Beispiel Dollar Bargeld oder Dollar Bankkonten oder vielleicht auch Stablecoins oder manchmal Bitcoin. Normale Menschen haben das Problem, wie tauche ich denn jetzt meine Ersparnisse um in die Peso, die ich brauche, zum Einkaufen. Und das ist ja genau dasselbe Problem, was Bitcoiner ja auch haben. Wie tauche ich meine Bitcoin um in die Euro? Und weil die Argentinier dieses Problem schon gelöst haben, auch normale Menschen haben das Problem schon gelöst. Sehen wir uns an, wie haben die das denn gelöst, damit wir von diesen Argentinien auch lernen können, für uns selber in Europa, in Deutschland als Bitcoiner. Und hier sehe ich mir dann im dritten Video an, wie diese Brücken zwischen der Welt der Ersparnisse und der Peso-Welt genau funktionieren. Das sind ja sogenannte Cuevas, das sind Geldwechsler. Und die tauschen dann die Welt der Ersparnisse um in Peso. Und da sehe ich mir an, was für Handelsfahrer gibt es, wie hoch sind die Kosten, wie sind die organisiert und was können wir so daraus lernen. Im vierten Video fasse ich dann die Lehren, die wir auf Argentinien ziehen können zusammen und versuche diese Lehren auf unsere eigene Situation in Europa zu übertragen. Und im fünften Video sehe ich mir dann an, wie wir selber in Europa oder in Deutschland so eine Brücke aufbauen können, sodass wir halt auch in schwierigen Zeiten immer in der Lage sind, mit unseren Ersparnissen die Dinge zu kaufen, die wir dann auch brauchen, die dann vielleicht nur in Euro notieren. Und nach dieser Videoreihe mit fünf Videos hast du dann verstanden, wie diese Brücke zwischen Welt der Ersparnisse und Welt des Konsums in Argentinien funktioniert und wie man diese Brücke selber übertragen können auf Europa und zwar dezentraler auf unsere eigene Situation zugeschnitten. Damit du halt in der Lage bist, auch in schwierigen Zeiten immer auf deine Ersparnisse in Bitcoin zugreifen zu können. Weil Sparen nützt ja auch nur was, wenn man in schwierigen Zeiten auf diese Ersparnisse wieder zugreifen kann und die verwenden kann, um die Sachen zu kaufen, die man wirklich braucht, wie Essen und Wohnen für die eigene Familie. Viel Spaß bei meiner Videoreihe. Wenn wir von Argentinien lernen, dann werden wir die Erkenntnis von Argentinien natürlich so auf Deutschland anwenden und auf unsere eigene Situation anwenden, dass wir immer gesetzeskonform sind zum deutschen Gesetzgeber und immer legal handeln. Das heißt, wir sehen uns an, wie läuft das organisatorisch ab, wie tauschen die Argentinier Ersparnisse in Zahlungsmittel. Aber wenn wir das übertragen auf Deutschland, machen wir es natürlich so, dass es immer legal ist. Im Gegensatz zu Argentinien ist es auch einfach durchzuführen, weil Kapitalverkehrskontrollen gibt es in Deutschland nicht und ein Tausch von Bitcoin in Euro und von Euro in Bitcoin ist ja in Deutschland legal. In diesem Video beschreibe ich natürlich, was die Leute aus Schwellenländern machen und diese Beschreibung, die habe ich jetzt erstmal gemacht, ohne jetzt das zu werten. Das heißt, in dieser Beschreibung kommen auch Tätigkeiten vor, die nicht gesetzeskonform sind, nach den Regeln in bestimmten Schwellenländern und auch eventuell nach den Regeln in unserem eigenen Land. Das heißt, ich beschreibe, wie Leute zum nicht offiziellen Wechselkurs Fremdwährungsgeschäfte machen, wie sie zum Beispiel Fremdwährung kaufen, ohne staatliche Genehmigung, ich beschreibe auch, dass bestimmte Sachen zur Steuerhinterziehung möglich sind und hier beschreibe ich ja die Handlungen von anderen Menschen. Das heißt nicht, dass ich diese Handlungen unterstütze. Das ist wie, wenn ich sage, es gibt Mörder, dann ist es so. Das heißt nicht, dass ich persönlich jemanden töten möchte oder dass ich dazu aufrufe, Leute zu töten, sondern es ist einfach die Beschreibung, wie die Welt ist, ohne jetzt zu sagen, du sollst es machen. In meiner persönlichen Meinung geht es den Menschen in Deutschland relativ gut und wieso sollst du denn ein gutes Leben, was du hast, aufs Spiel setzen, indem du Gesetze brichst. Deswegen, ich persönlich würde dir abraten, Gesetze zu brechen und mich immer gesetzeskonform verhalten. Ich bin natürlich kein Rechtsberater, männlich-weiblich-divers und ich bin auch kein Finanzberater, männlich-weiblich-divers. Wenn du also rechtlich sauber sein möchtest, dann geh lieber zu deinem Rechtsberater oder zu deinem Finanzberater. Dann kannst du bei einem Finanzberater dir schön ein Rieser-Produkt empfehlen lassen, was dann in langfristige Staatsanleihen investiert zu einer Verzinsung unterhalb der Inflationsrate. Ich denke, wir steuern auf schwierige Zeiten zu und auf meinem Kanal zeige ich dir, wie du Kryptowährungen und eine sichere IT nutzt, um dich jetzt in guten Zeiten vorzubereiten, damit du und deine Familie gut durch schlechte Zeiten kommen. Mit der Krypto-Arche bauen wir hier einen Notgroschen als Versicherung für schwierige Zeiten. Und wenn die Zukunft doch nicht schwieriger wird, sondern einfacher, umso besser für dich. Auf dem Kanal. Auf dem Kanal.